So, und weiter geht's mit Loop, dem verrückten Spiel, was mich total zum Verzweifeln bringt, was so schwierig teilweise wird. Ich hab ein bisschen was weggeschnitten, damit es nicht ganz so viel Rumbarterei ist, bis ich ein Rätsel schaffe. Aber ja, zwischen den Cuts war teilweise manchmal wirklich mehrere Minuten lang das Rätseln, aber ja, egal. Ich hab's drüngen geschnitten, das hoffentlich auch noch spannend bleibt und dann bis zum Ende. Viel Spaß! Nochmal, 3er Loops. Ich gucke mal. Hmm. Der da unten, den kann man nicht anders, den muss ich so machen. Das ist immer schön, dann weiß man, da hat man schon keinen Fehler gemacht. Genau, und hier geht's eben nach oben oder nach unten weg. Allerdings, äh, ja, ich glaub, das Ding ist schon gelöst. Brauch ich nicht überlegen. Weiter geht's. So, nochmal 3. Langsache gewöhne ich mir die 3 sogar. Äh, dich bekomm ich ja nicht anders weg als so. Gut, ich kann's noch so machen. Ich mach's so, ja. Und zack. Und dann schau ich mal. So. 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 Oh, nein. So und so. Juhu. Nächstes. 3er wieder. So eine Kacke. Ich will nicht mehr. Ähm. Also, boah, ne, gibt's mehrere Möglichkeiten. Gibt's mehrere Möglichkeiten. Ich probier das hier mal. Ja, genau, weil das muss ich fast so machen. Andersher geht's ja gar nicht. Das geht nur. Das muss ich machen. Das hilft nix. Genauso wie ich hier das ja machen muss. Sonst krieg ich die nicht weg. Was mach ich denn mit dem? Ah, nein. Ich kann das so machen. Genau. Das heißt, dann muss ich das machen. Hilft nix. Äh, und dich krieg ich ja auch nur noch so weg. Ich muss so machen. Und dich krieg ich dann nur so weg. Also, eigentlich gibt's nicht meistens das, äh, alles von alleine auf. Genau. Jetzt ist es eigentlich nur noch einen Hund herziehen. Jo. Okay. Also, man kann auch schon mit Logik rangehen an das Ganze. Wenn man sich 4er wieder. Wenn man halt guckt, den da oben. Ich krieg den eben nur so weg. Geht ja nicht anders. Genau. Genauso wie ich dich jetzt nur so wegkriege. Und schon ist die Sache glasklar. Und das freut mich. Es ist nicht nur, wenn wir es rumprobieren. Man kann auch mit ein bisschen Logik drangehen. Und dann vieles machen. Das geht aber auch. Hm. Also, warte ich hier noch ganz kurz. Das ist schlauer. Gut, ich hab hier so einen. Das einzige Unterschied ist, dass hier noch so ein Bumperl dran ist. Vielleicht, den muss ich so lösen. Ja, ja. Genau. Das heißt, das hier ist die richtige Variante. Äh, da warte ich noch lieber. Da warte ich noch. Gibt's noch irgendwas jetzt? Das macht mehr Sinn. Ähm, das... Oh, scheiße. Ich probier mal... Einfach mal wild drauf lo... Ne, schmack doch noch mal. Oh, oh. Jetzt war es das... Jetzt war es das, ja. Zurück. Zurück, zurück. Also, wir waren jetzt... Wir waren so und so. Das ist wirklich der... Das muss ich. Ja, hab ich nicht... Vielleicht hab ich mich geirrt, aber nee, das passt schon so. Ähm... Wenn ich es so mache, dann sind die hier alle vorbestimmt. Oh, 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 oh. Ah, Moment. Hab's geschafft. Äh, oh Gott, oh Gott. Nächstes. Fünfer. Äh. Eins, zwei, drei, vier, fünf könnte ich machen. Sollte ich aber nicht tun. Denn ich muss zuerst die hier weg. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und dann so. Denn dann kann ich eins, zwei, drei, vier, fünf machen. Und eins, zwei, drei, vier, fünf. Juhu. Gibt's auch Sechserloops irgendwann? Würde ich gerne mal wissen. Äh, tschukku. Und. Tschuk. Und was ist mit dir? Nein. Das war nicht richtig. Ich muss den hier... Entweder runter oder nach links. Ich brauch dich aber mit links. Also muss ich so. Und dann dich hier rüber. Nee, müssen nicht. Gut, das ist wurscht an sich. Ich mach... So. Dann... Oh. Es geht jetzt kein einzeln zurück mehr. Ich mach... Oh. Alles von vorne. So. 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 Äh, wie, wie, wie. Jetzt ist schon zu spät. Nee, passt doch alles. Juhu. Den dann muss ich machen. Ja. Den dann muss ich machen. Ja. Den muss ich machen. Ja. Den dann muss ich... Was ist mit dir? Nochmal. Ich muss den. Ah, das geht's nicht. Der muss. Und hier unten geht doch nur... Ah gut, ich kann natürlich mehr machen. Äh. Okay, dann muss der mit allen verbunden werden. Also muss der zuerst weg. Und im besten Fall... Muss der dann hier weg. Jetzt habe ich die Sache... Es geht gestern. Juhu. Weg mit euch. Kein Bock mehr. Den haben wir. Und der hier geht nur... Der geht nur so. Das sind uns doch alle einig, hoffentlich. Richtig. Der hier... Geht mehrfach. Müssen uns überlegen, was wir mit dem machen. Muss man noch clever handeln. Aber der hier... Bei dem war es auch noch. Nee, der geht auch runter. Ähm. Was... Haben wir irgendeinen Ball, der nicht anders zu lösen ist? Der geht nur noch unten. Aber wir können uns überlegen, was wir zerstören. Den behalten wir uns noch. Äh. Den hier... Der können wir auch uns überlegen, was wir zerstören. Was ist mit dem hier eigentlich? Ich kann nur noch rechts. Ja, genau. Kann ich ja abspeichern, wenn du denn nicht? Speichern. Uh. Ich finde fast das hier am besten. Oh, Musik on. Zurück. Oh Gott, nein. Zurück. Das hatten wir ursprünglich, oder? Sorry, Leute. Ja, das war es ursprünglich, oder? Ja. Ich hoffe schon. Okay. Wir machen weiter. Gleich probiere ich jetzt ein bisschen wild rum. Einfach mal. Und schaue, was ich zusammen bekomme. Ich bin so ein Scheißhaufen. Das ist doch alles... Das ist doch der letzte Dreck. Hey, what the fuck? Ich kapiere es gerade echt nicht. Na gut, ich habe ab schon verloren. Das wird nichts mehr. Ich kann nur noch so machen und dann ja... Zurück. Zurück. Ich mache jetzt den jetzt zum Spaß erstmal weg. Ah, das sieht schon nicht gut aus, wenn ich so loslege. Der ist kacke. Er geht nur runter. Das ist halt das Problem, ich habe keine Optionen mehr. Ich kann es nur rumprobieren ständig. Mal rumprobieren. Das ist so... Dann probierst du halt achtmal rum. Und... Da kommst du ja auf alles Mögliche raus. Aber ob das... Oh Gott, ich muss die beiden jetzt nach oben ziehen. Das ist voll scheiße. Ja, Mann! Ist doch voll einfach. Wo ist denn da das Problem? Das ist doch voll einfach gewesen, das Level hier. Weißt du, ich habe es hier voll drauf. Okay, das ist alles okay. So, weiter geht's. Gar nicht schwer. Oh, Mann. So, okay. Ich habe hier unten eins. Das muss ich hochziehen. Dann müssen tue ich gar nichts. Ich kann... Aber ich tue es trotzdem, weil ich cool bin. Und dann zieht das so... Nein, darf ich nicht. Das mache ich so. Weil ich cool bin. Und dann... Habe ich ein Problem. Ne, habe ich nicht. Doch, habe ich. Ich habe ein Problem. Ich habe so ein Problem. Ich bin total... Schau mal an, was ist das so in der Quatsch? Zurück! Ist jetzt machbar? Theoretisch geht alles noch. Was ist der nächste Zug? Welche Kuchen kann ich im Pferd hin, ohne dass ich noch das nicht so mache? Was ist dann? Wenn ich das mache, geht nicht mehr. Dann kriege ich den linken nicht weg. Wenn ich das hier mache, kriege ich den oberen noch weg. Ich habe es geschafft. Ja, Mann! Alter! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Eins mache ich jetzt noch. Wenn es genauso schwierig ist, dann höre ich auf. Weil dann zerreißt es mir die Birne. Dann war es sinngültig. So. Gibt es hier irgendeinen, den ich machen muss? Den da muss ich natürlich hochziehen. Aber ich muss es nicht so verbinden. Kann ich aber. Achso. Ich mache mal zum Spaß so. Ne, dann geht es nicht mehr. Zurück. Ich muss zuerst noch oben einfach weghauen. Ja, ich mache mal so. 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 Jetzt ist es, glaube ich, schon nicht mehr machbar. Aber es scheint mir nicht ganz so kompliziert zu sein. Ich glaube, das ist ein... Ne, darf ich nicht. Ich glaube, das ist ein bisschen easier. Vielleicht so? Das sieht doch ganz gut aus. Das sieht doch ganz gut aus. Ja, Mann! Okay, nächstes. Vierer wieder. Das Spiel hält... Also, ich muss sagen, es ist zwar super schwer manchmal, aber irgendwie ganz... Die... Die Lust verliert man dran nicht. Man hat immer Bock, nochmal... Nochmal Gas zu geben und zu schauen, ob man es schafft, irgendwie. Scheiße, ich bin schon... Achso! Weil ich sie alles zusammen machen muss. Ja. So. Und so. Passt. Juhu! Nächstes! Vier. Sehr nah beieinander alle. Wir haben einmal diese Barik... Die zwei da unten und die zwei. Vielleicht schau ich, dass ich erst mal... Also, ihr könnt es gerne mal selber anspielen. Es ist... Ich finde es sehr interessant. Aber auch... Ne, das geht so geht es auch nicht. Aber es ist halt unglaublich schwierig. Also, ich finde... Da muss man schon... Also, es ist schwierig. Eigentlich ist es halt sehr viel Rumprobiererei. So. Und das ist halt ein bisschen... Ärgerlich. Das andere Spiel... Wie hieß das nochmal? Hooked. Hooked war besser. Das war richtig cool, finde ich. Weil das war wirklich nur logisches Denken, ohne viel Rumprobieren. Einfach, wenn du es kapierst, schaffst du es. Wenn nicht, dann schaffst du gar nichts. Und das finde ich ziemlich cool. Es ist ähnlich wie Portal auch. Beim Spiel Portal musst du eben auch... Entweder du kapierst das Spiel... Oder halt eben nicht. Und dann... Und dann war es das... Okay, du kannst das ja schon nicht mal lösen. Genau. Dann würde ich sagen, was ist mit dem Spiel? Ich hoffe, hat Spaß gemacht. Könnt ihr es aber gerne mal probieren. Mal gucken, was dir kommt. Weil, glaube ich, es denn geschafft ist eigentlich... Gleich mal zurück ins Hauptmenü. Hier drüben wahrscheinlich, oder? Loop. Genau. Äh... Zack. Kann man sehen, wie ich gekommen bin? Kann man das irgendwie sehen? Es gibt 128 Levels. Finde ich ziemlich interessante Zahl sogar. Ist nicht sogar irgendeine Bitcode-Zahl? Oder... Ne, zwei hoch. Sechs, glaube ich. Egal. Hauptsache, ähm... Weiß nicht, wo ich war. Müssen wir mal nachgucken. Aber man sieht es leider nicht, gell... Doch, doch, man sieht es. Man sieht es. Oder? Weil die Zahlen sind hier doch so... Grau, braun. Die werden sie schwarz. Aber war ich echt erst bei Level 33? Das kam mir ein bisschen mehr vor. Hm. Oder man sieht es gar nicht, leider. Egal. Aber dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ähm... Falls ihr noch ein paar wollten, mich weiter ärgern soll, dann gerne mal reinschreiben in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, sieht man sich bald mal wieder. Und bis dann auch noch viel Spaß. Und bis zum nächsten Mal. Ciao! Juhu! Tiers. Ausknopf. Ausfahrt. Ich nehme die Ausfahrt. Juhu! So viel dazu. So viel dazu. Ja. Lass mich auch noch mal wenden. ... ...